Chronischer Stress macht den Alltag qualvoll und die Gesundheit nach und nach immer schlechter. Den vielen Alltagsstressoren selber, den können wir nur sehr schwer entkommen. Aber wir können versuchen, wieder Ruhe in das eigene Gehirn zu bringen. Dann herrscht zwar draußen weiter Chaos, aber innen drin stört es uns nicht mehr und es schadet uns auch nicht mehr. In diesem Video möchte ich sechs sehr einfache Methoden vorstellen, mit denen ihr euren Stresslevel besser in den Griff bekommen könnt. Und dabei gehe ich auch auf die Hintergründe der Wirkung im Gehirn ein. Denn diese Methoden lassen sich als ganz natürliche Heilmittel einsetzen. Wir starten mit vier Möglichkeiten über die Ernährung, den Stress zu mindern. Serotonin, das ist ein beruhigender, ein stresslösender und auch ein stimmungsaufhellender Neurotransmitter. Und der wird im Gehirn aus der Aminosäure Tryptophan gebildet. Und ein ganz einfacher Mineralstoff könnte das verbessern. Es konnte nämlich ein Zusammenhang zwischen chronischem Stress und einem Magnesiummangel gezeigt werden. Man vermutet, dass Magnesium im Gehirn eine wichtige Rolle im Tryptophan- und Serotoninstoffwechsel hat. Und zwar sowohl bei der Umwandlung von Tryptophan in Serotonin als auch bei der Serotoninwirkung selber. Und auch GABA, ein weiterer wichtiger Neurotransmitter, profitiert von einer ausreichenden Versorgung mit Magnesium. GABA ist wichtig, denn GABA entspannt, macht müde und auch gelassen. GABA ist ein Neurotransmitter, der zum Beispiel durch die gängigen Schlafmittel angesprochen wird. Und letztendlich scheint Magnesium auch die Ausschüttung des Stresshormons Cortisol günstig zu beeinflussen. Gerade jetzt in der westlichen Diät haben wir nur wenig Magnesium enthalten. Magnesium findet ihr jetzt in höheren Mengen in Kürbiskernen, Spinat, Bohnen, Erdnüssen, Mandeln und auch in Vollkorngetreide. Wenn ihr also schon was snackt, dann vielleicht besser ein paar Mandeln, Erdnüsse oder eben Kürbiskerne. Und das könnt ihr auch noch durch zwei Getränke sinnvoll ergänzen, dann wirkt es noch besser. Dazu gleich aber mehr. Wir bleiben jetzt erst noch mal ganz kurz beim Serotonin. Das Tryptophan als Vorstufe zum beruhigenden Serotonin hatte ich ja schon erwähnt. Tryptophan ist Bestandteil von Protein, das wir mit der Nahrung zu uns nehmen. Um in das Gehirn zu langen jetzt, muss das Nahrungstryptophan aber ein Hindernis überwinden, die Blut-Hirn-Schranke. Und diese schützt das eigene Gehirn vor schädlichen Einflüssen, lässt aber auch manche Nährstoffe nur ganz gezielt durch. Man kann die Aufnahme von Tryptophan in das Gehirn deutlich verbessern, wenn man zeitgleich auch Kohlenhydrate zu sich nimmt. Natürlich braucht man dafür auch ausreichend Tryptophan in der Nahrung und einige gute Tryptophan-Quellen seht ihr hier. Insofern ist die Käselstulle bei der Arbeit gar keine so schlechte Snack-Idee. Aber eurer Fantasie sind natürlich keine Grenzen gesetzt. Mir geht es darum, dass das Tryptophan über die Kohlenhydrate auch im Gehirn ankommt. Aber ich hatte eben ja auch zwei Getränke erwähnt. Könntet ihr euch vorstellen, nach einem doppelten Espresso ruhig zu meditieren? Eher nicht. Eine Tasse grüner Tee passt da schon besser. Beide Getränke enthalten Koffein. Aber warum wirkt jetzt der grüne Tee so beruhigend? Hier kommt ein weiterer Neurotransmitter ins Spiel, der bei der übermäßigen Hirnerregung eine wichtige Rolle spielt. Und zwar das Glutamat. Und dass der grüne Tee beruhigend wird, liegt insbesondere am Inhaltsstoff Theanin. Und Theanin, das steckt schon im Namen drin, findet sich eben im Tee. Und zwar sowohl im grünen Tee als aber auch im Olong-Tee und im schwarzen Tee. Und Theanin ähnelt dem Glutamat. Und wenn Theanin in das Gehirn gelangt, blockiert es dort an manchen wichtigen Stellen Glutamatrezeptoren, Andockstellen. Und dadurch sinkt dort die elektrische Aktivität. Und das wirkt beruhigend. Nach dem Tee-Genuss dauert es ungefähr 30 Minuten, bis das Theanin über das Blut ins Gehirn gelangt und dort wirken kann. Der Gehalt von Theanin ist abhängig von der Tee-Sorte. In der Regel scheint der grüne Tee aber den höchsten Theanin-Gehalt zu haben. Ihr könnt die Wirkung übrigens noch steigern, indem ihr einen entkoffinierten Tee kauft. Denn dann fehlt euch noch die erregende Wirkung des Koffeins und ihr habt dann die reinen Effekt vom Theanin. Theanin entstresst. Also probiert es mal aus, indem ihr vielleicht den morgendlichen Kaffee für ein paar Monate durch einen grünen Tee ersetzt. Und auf das hirnerregende Glutamat wird noch ein zweites Getränk. Und zwar der billigste und unspektakulärste Tee, den ihr kaufen könnt. Der Kamillentee. Kamillentee enthält Apigenin. Und dieser Pflanzenstoff scheint ebenfalls die Wirkung des erregenden Neurotransmitters Glutamat zu verringern. Und dadurch wird Kamillentee eben dann auch beruhigend. Kamillentee kann man eigentlich den ganzen Tag übertrinken. Und da er auch den Magen beruhigt und sehr bekömmlich ist, ist er dafür eine besonders gute Wahl. Stress ist Erregung und Stress bedeutet eine übermäßige Hirnaktivität. Und dabei fallen auch viele Schadstoffe an, die entsorgt werden müssen. Man kann das Gehirn aber entgiften. Und die Lösung dafür ist das Bett oder die Couch. Wer regelmäßig ein Nickerchen hält, schützt sein Gehirn und reduziert Stress. Ein kleines Nickerchen ist wie ein Reset des Gehirns. Es reduziert die Stresshormone und beseitigt entzündungsförderliche Stoffe aus den Hirnzellen. Und das hat eine völlig andere Wirkung auf das Gehirn als das, was leider die allermeisten täglich machen. Sich auf der Couch ausruhen und Medien dabei konsumieren. Denn dann ist der Körper noch durch Stresshormone angespannt. Und das Gehirn wird weiter mit immer mehr Informationen bombardiert, was neuen Stress erzeugt. Macht also besser ganz gezielt ein kleines Detox für euer Gehirn und legt danach wieder los mit etwas Produktiven. Das Nickerchen sollte um die 30 Minuten dauern. Bei Senioren kann das länger sein und vorzugsweise zeitlich so liegen, dass dadurch natürlich der Nachtschlaf nicht beeinträchtigt wird. Ein Nickerchen muss auch nicht täglich sein. Zwei bis dreimal pro Woche scheint schon gute Effekte zu erzielen. Die Zeit für ein Nickerchen sollte man sich gönnen, auch wenn man meint, keine Zeit zu haben. Ein frisch ausgeruhtes Gehirn arbeitet effizienter als ein müdes und ist weniger gestresst. Bis jetzt sind diese Methoden ja noch recht passiv. Essen, Trinken und Schlafen. Chronischer Stress macht zwar müde und abgeschlagen, aber das ist jetzt nur euer Gehirn, das euch signalisiert, dass das ein Problem hat. Stress ist eigentlich eine Art der Energiebereitstellung. Ganz genau gehe ich in diesem Video auf die Details ein. Der Stress bereitet den Körper darauf vor, Leistung zu bringen und dabei alles zu geben. Und zwar hauptsächlich körperliche Leistung. Eben Kampf oder Flucht. Das Problem ist aber jetzt, dass wir normalerweise nur unter einem psychischen Stress leiden und diese Stressreaktion des Körpers dann aber genauso ausfällt. Ihr solltet die Energie, die dieses Adrenalin gibt, endlich nutzen. Und zwar durch körperliches Training. Sport reduziert dabei nicht nur das Akutstresshormon Adrenalin, sondern setzt auch Glücksmacher frei, die Endorphine. Allein das fühlt sich schon gut an und entspannt. Außerdem führt Sport zu einer Besserung im Tryptophanstoffwechsel und so kann im Gehirn mehr Serotonin bereitgestellt werden. Und das beruhigt und gibt Zufriedenheit. Und regelmäßiger Sport kann aber noch mehr. Er wirkt auf die Stressachse im Gehirn und reguliert die Produktion des Dauerstresshormons Cortisol. Und außerdem stärkt Sport dann auch noch die Funktion des Vagusnervs. Und dieser Nerv zieht vom Gehirn über das Herz bis in die Verdauungsorgane. Der Vagusnerv ist quasi der Gegenspieler zur Akutstressachse und zum Adrenalin. Sport kann damit Stressschäden heilen und die Stressreaktion, wenn sie dann erneut auftreten sollte, abmeldern. Die Sportart ist dabei nicht entscheidend und schon geringe körperliche Aktivität hilft, Stress zu reduzieren. Es gibt beim Sport eine Dosis Wirkungsbeziehung in Bezug auf Stress. Eine höhere Intensität oder ein höheres Trainingsvolumen hilft dann auch mehr. Natürlich gibt es da eine Grenze, aber das ist da, wo die Vernunft euch auch schon sagt, dass es zu viel sein würde. Natürlich bringt euch das alles nichts, wenn es euch an Kenntnissen mangelt in Bezug auf Sport. Und wenn es der Kraftsport ist, den ihr mal machen wollt, schaut doch hier rein. Und wenn es euch einfach an der Motivation mangelt, ihr es aber dennoch bis hierhin geschafft habt, dann schaut doch mal in dieses Video.